Wie geht es Ihnen, wenn Sie nach einem Essen in einem vornehmen Restaurant dem Koch mitteilen, dass Ihnen das Essen überhaupt nicht geschmeckt hat und Sie dann feststellen müssen, dass Ihre Kritik den Koch überhaupt nicht interessiert? Unbeeindruckt setzt er Ihnen am kommenden Tag wieder das gleiche Essen vor. Ähnlich ergeht es zunehmend mehr Bürgern mit der Berichterstattung der Massenmedien zur Ukraine-Russland-Krise. Der Deutschlandfunk attestiert eine tiefgreifende Entfremdung zwischen Medien und ihren Nutzern. Den Lesern bzw. Zuschauern bleiben nur die Kommentare in den Online-Spalten von Sendern und Zeitungen, um ihren Unmut kundzutun. Hier ein aktuelles Beispiel. Am 15. August 2014 meldete das T-Online-Nachrichtenportal unter dem Titel Russischer Armee-Konvoi trinkt in Ukraine vor, dass britische Journalisten beobachtet hätten. Dass ein russischer Armee-Konvoi mit 23 gepanzerten Fahrzeugen auf ukrainisches Staatsgebiet vorgedrungen sei. Namenhafte Nachrichtenagenturen wie DPA, AFP und Reuters und sogar NATO-Generalsekretär Rasmussen haben diese Meldung bestätigt. Wie kommt diese von den höchsten Stellen bestätigte Meldung beim Volk in den T-Online-Kommentarspalten an? So ein Schwachsinn. Mal wieder haben sich die berühmten Medien als Sprecher der ukrainischen Stimme zum Appell, das meint, zum Sprachrohr gemacht. Ein weiterer Kommentar lautet Zwei englische Reporter haben beobachtet, vergessen aber Fotos zu machen. Leute, lasst euch doch nicht verarschen. Hier läuft eine Propagandaschlacht. Es gab bis jetzt noch nicht einen handfesten Beweis für auch nur eine angebliche Tat der Russen in der Ostukraine. Solche Kommentare sind keine Einzelfälle, sondern werden von den fast 1000 Teilnehmern des Forums mit großer Mehrheit bestätigt. Die Zustimmung liegt bei teilweise sogar über 80%. Sehr viele kommentieren diese Meldung mit großem Unverständnis. Solche Beispiele zeigen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Die Glaubwürdigkeit der Massenmedien befindet sich im Sturzflug. Die vom Deutschlandfunk bestätigte tiefgreifende Entfremdung zwischen Medien und ihren Nutzern ist dramatisch. Die Menschen erkennen zunehmend, das ist doch wieder gelogen. Das ist doch wieder nur ein Fake. Und kommen zum Schluss, wir glauben euch nicht mehr. Dass die Massenmedien bei vielen Bürgern jeden Kredit verspielt haben, bestätigt auch ein Brief einer niederländischen Wahrheitsbewegung an den russischen Präsidenten Putin, der kürzlich bei Klagemau TV eingereicht wurde. Dieser Brief zeigt, dass sich die Menschen für das Verhalten der Medien sogar schämen und sich bei Präsident Putin und dem russischen Volk für diese skandalöse Berichterstattung entschuldigen. Wir zitieren kurz einen Auszug. Wir wachen Niederländer, die diese Propaganda der westlichen Medien und die Lügen unserer Politiker durchschauen und ablehnen, wollen uns hiermit bei ihnen entschuldigen. Es ist leider so, dass unsere Medien jede Art gesunder und unabhängiger Kritik verloren haben und nur berichten, was die Politik vorschreibt. Machtlos müssen wir zuschauen, wie der Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten Russland der Aktivitäten beschuldigt, an denen sie selbst beteiligt sind. Der Westen verurteilt, ohne genügend Beweis zu erbringen. Den gesamten Brief blenden wir am Anschluss unserer Sendung ein. Gerne können Sie diesen Brief und auch unsere Sendung weiter verbreiten, damit die Menschen wieder das erhalten, was ihnen von den Massenmedien vorenthalten wird. Die Gegenstimme Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Durch die Berichterstattung über die Ukraine-Russland-Krise verlieren zunehmend mehr Menschen das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Massenmedien. Massenproteste von entrüsteten Bürgern erreichen die Redaktionen der Tageszeitungen bzw. Fernsehstationen. Der Hauptverwurf besteht darin, dass die Berichterstattung einseitig sei. Das Motto von Klagemauer TV lautet Die Völker haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. So kann sich jeder mündige Bürger selbst eine eigene Meinung bilden, weil er beide Seiten nebeneinander hören kann. So geben wir Ihnen, verehrte Zuschauer, in dieser Sendung anhand von Stimme und Gegenstimme einen Gesamtüberblick über die Ereignisse in der Ukraine und Stellen der Stimme der Massenmedien auch eine Gegenstimme gegenüber. Anhand dieser chronologischen Gegenüberstellung darf sich nun jeder Bürger mündig seine eigene Meinung über die Glaubwürdigkeit der Massenmedien bilden. Wir geben somit die Meinungsbildung wieder in die Hand des Volkes zurück. Und nun, verehrte Zuschauer, übergebe ich an meine Kollegen in den Studios Nürnberg und Karlsruhe. Die westlichen Medien berichteten, dass die Protestierenden vor allem die Amtsenthebung von Präsident Viktor Janukowitsch forderten, sowie vorzeitige Präsidentschaftswahlen und die Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens. Es wurde aber nicht berichtet, dass sich die ersten Demonstrationen eigentlich gegen die Oligarchen, das meint, gegen die wenig Herrschenden des Landes, richtete. Man machte sie verantwortlich für die große Not im Land. Außer Janukowitsch wurden erstaunlicherweise namentlich alle diese Oligarchen durch die Putschregierung wieder ins Amt gesetzt. Und dass tausende ukrainische Bürger am 23. Januar 2014 vor der US-Botschaft in Kiew demonstrierten und riefen, USA, stopp, USA, wir brauchen Frieden. Sie sehen die USA als Drahtzieher der Demonstrationen gegen die Regierung. Eskalation mit zahlreichen Toten, Februar 2014. Die westlichen Massenmedien haben uns vermittelt, dass der ukrainische Präsident Janukowitsch für das Blutbad verantwortlich sei. Sie haben jedoch verschwiegen, dass Lohnterroristen, die nach Augenzeugenberichten sogar von den USA bezahlt wurden, mit brutaler Gewalt gegen die Sicherheitskräfte vorgingen. Ebenfalls verschwiegen wurde, dass ihre Scharfschützen, Demonstranten und Sicherheitskräfte töteten. Übergangsregierung ab Februar 2014. Die westlichen Massenmedien berichteten, dass die ukrainische Übergangsregierung demokratisch ist. Sie haben jedoch nicht berichtet, dass die Putschregierung sofort nach der Machtübernahme den Chef eines staatlichen Fernsehsenders unter Anwendung von Gewalt dazu gezwungen hat, seinen eigenen Vertrag zu kündigen und anschließend aus seinem Büro geworfen hat. Das ist Pressezensur. Abstimmung über die Zugehörigkeit der Krim, 16. März 2014. Die westlichen Medien sagten, dass die UN-Vollversammlung das Referendum für ungültig erklärte, da es trotz einer Zustimmung von 97% für den Beitritt zu Russland völkerrechtswidrig gewesen sei. Sie verschwiegen jedoch, dass das Referendum laut dem Völkerrechtsexperten Reinhard Merkel nicht völkerrechtswidrig war. Was im Kosovo noch als demokratisches Grundrecht galt, das weltweit anerkannt wurde, ist im Fall der Krim von den westlichen Medien als russische Aggression gebrandmarkt worden. Obwohl Russland nur den Wunsch der Krim angenommen und selbst gegen kein Recht verstoßen hat. Brand des Gewerkschaftshauses in Odessa, 2. Mai 2014. Die westlichen Massenmedien berichteten, dass bei Zusammenstößen zwischen prorussischen und pro-ukrainischen Demonstranten durch den Brand eines Gewerkschaftshauses bis zu 46 Regierungsgegner starben. Sie haben uns jedoch verschwiegen, dass Bild- und Filmaufnahmen unzweifelhaft belegen, dass über 100 prorussische Demonstranten und unbeteiligte Zivilisten, die nicht ursächlich durch den Brand starben, sondern zuvor auf grausamste Weise durch Aktivisten der Kiewer kriminellen Putschregierung regelrecht exekutiert wurden. Der Brand wurde nach der Bluttat gelegt, um das Massaker zu vertuschen. Sehen Sie sich dazu auch den Film Odessa. Die westlichen Medien sagten, das waren legitim und die freiste und faireste Wahl aller Zeiten gewesen sei. Sie haben uns jedoch nicht berichtet, dass Kandidaten, die den russischsprachigen Teil der Bevölkerung vertreten, eingeschüchtert, geschlagen, mit dem Leben bedroht und deren Häuser in Brand gesteckt wurden. Gasstreit mit Russland Die westlichen Massenmedien haben vermittelt, dass Russland die Gasverhandlungen absichtlich habe scheitern lassen. Die Massenmedien vermittelten jedoch nicht, dass die Ukraine Russland 3,3 Milliarden Euro für die Gaslieferung der letzten zwei Jahre schuldet und selbst auf einen großzügigen Rabatt von 100 Dollar pro 1000 Kubikmeter Erdgas nicht eingegangen ist und weiterhin gar nichts zahlte. Mehr dazu erfahren Sie in der Klagemauer-TV-Sendung vom 15. Juli diesen Jahres. Antiterror-Operationen ab März 2014 Über die Antiterror-Operationen wurde von den westlichen Massenmedien berichtet, dass die ukrainische Regierung zum Schutz der Bevölkerung vor sogenannten prorussischen Terroristen militärische Aktionen durchführt. Verschwiegen wurde jedoch, dass die ukrainische Putschregierung völkerrechtlich verbotene Streumunition und sogar Phosphorbomben eingesetzt hat, die sehr wahrscheinlich aus amerikanischen Beständen stammen. Zahlreiche Zivilisten wurden durch das ukrainische Militär regelrecht zerfetzt. Flüchtlingsdrama in der Ukraine ab März 2014 Die westlichen Massenmedien berichteten, dass es kein Flüchtlingsproblem gibt und Menschen nur vor russischen Separatisten in die Westukraine fliegen. Sie haben jedoch verschwiegen, dass tausende Menschen in der Ostukraine von den Luftangriffen der Putschregierung nach Russland geflohen sind und dadurch ist ein riesiges Flüchtlingsproblem und akute Nahrungsmittelknappheit entstanden. Demonstrationen in Donetsk, 20. Mai 2014 Die Massenmedien im Westen vermittelten, dass am 20. Mai Zehntausende dem Aufruf des Oligarchen Achmetow zur Demonstration gegen prorussische Separatisten gefolgt sind. Die westlichen Massenmedien verschwiegen jedoch, dass Filmaufnahmen eindeutig belegen, dass sich im Stadion von Donetsk nur ca. 300 Menschen eingefunden haben und die ARD-Tagesthemen somit der Falschberichterstattung überführt wurde. Die westlichen Massenmedien berichteten, dass russische Separatisten in Slavyansk einen Helikopter der Regierung abgeschossen haben. Sie haben jedoch verschwiegen, dass die ARD-Tagesschau mit eigenartigem Kommentar Das sollen Bilder sein, gefälschte Bilddokumente, die nachweislich aus Syrien stammten, ausgestrahlt hat und sich hernach lediglich auf ihrer Homepage, anstatt im Fernsehen dafür zu entschuldigen. Tod von russischen Journalisten, Juni 2014 Die westlichen Massenmedien vermittelten, dass russische Journalisten im Gefecht umgekommen sind. Es wurde aber verschwiegen, dass mehrere russische Journalisten durch gezielte Schüsse von regierungstreuen Scharfschützen getötet worden sind. Gewaltsame Angriffe auf die russische Botschaft in Kiew, 14. Juni 2014 Die Massenmedien im Westen behaupteten, dass die Protestaktionen gegen die russische Botschaft als Reaktion auf den Abschuss eines Militärflugzeuges gerechtfertigt seien. Es wurde aber nicht gesagt, dass die russische Botschaft in Kiew über mehrere Tage von Maidan-Aktivisten gewaltsam angegriffen wurde, dass Brandsätze geworfen, Scheiben eingeschlagen und Fahrzeuge des diplomatischen Personals demoliert wurden und dass die Polizei dabei tatenlos zuschaute und der ukrainische Außenminister Deschitsia Putin mit übelsten vulgären Ausdrücken beschimpfte. Konzentrationslager ab Juli 2014 Die Massenmedien im Westen vermittelten, dass es keine Konzentrationslager gibt, weil nicht darüber berichtet wurde. Sie verschwiegen jedoch, dass sich im Osten der Ukraine zwei Konzentrationsmigrationszentren im Bau befinden, in denen sogenannte Separatisten herausgefiltert und zu Gefängnisstrafen verurteilt werden sollen. Abschließend zu dieser sehr interessanten Gegenüberstellung, verehrte Zuschauer, ein Zitat von David Rockefeller, Ehrenvorsitzender des Council of Foreign Relations. Bitte bedenken Sie hierbei, dass der Council of Foreign Relations, was auf Deutsch so viel wie Rat für auswärtige Beziehungen heißt, eine US-amerikanische Denkfabrik mit Fokus auf weltweiten außenpolitischen Themen ist. Klagemauer TV Nichtgläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.